Servus Leute und Willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute will ich euch zeigen wie ihr eine versteckte Truhe bauen könnt. Und zwar müsst ihr nur noch eure, ja logischerweise wertvollen Items auf den Boden droppen und schon tut sich ein kleines Loch auf in der Wand, worauf ihr auf eine Truhe, die dahinter gelegen ist, drauf zugreifen könnt, wo dann eure ganzen wichtigen Items gelagert werden können. Und das Ganze funktioniert auch, wenn ihr mehrere auf einmal hinein oder hindroppt. Die ganzen werden dann abgesaugt und zwar durch einen Minecart unten drunter, durch eine Hopperstrecke in den Dropper geleitet. Die leiten das dann in die Truhe. Und ja, für einen kurzen Moment habt ihr dann halt hier immer hier vorne die Möglichkeit, auf die Truhe drauf zuzugreifen. Und ja, ihr seht schon, das Ganze wird spannend und nun zeige ich euch, wie ihr das Ganze bauen könnt. Als erstes baue ich mal die Redstone-Technik, beziehungsweise die Blöcke, wo die Redstone-Technik wieder draufkommt, baue ich erstmal mit farbiger Wolle vor. Und zwar bauen wir als erstes eine 3x3 Fläche, wovon wir aber wieder eine Ecke wegnehmen. Dann platzieren wir hier und dort grüne Wolle drauf und hier gehen wir zwei hoch, bauen den unteren wieder weg, bauen hier nochmal einen magendafarbenen Wollblock her und hier auch nochmal. Am Ende sieht das dann das Ganze so aus. Und später guckt ihr dann von hier in die Chest rein. Also hier ist euer Raum, dann ist hier ungefähr die Wand und hier hinten steht dann die Kiste. Weiter geht's mit der Redstone-Technik. Und zwar platzieren wir hier, hier und hier Redstone, tun hier einen Redstone-Repeater hinsetzen und hier einen, tun diesen aber um ein Elay verzögern. Gehen dann, drehen uns dann rum und platzieren hier so einen Comparator. Einmal mit Rechtsklick draufgehen, damit der leuchtet. Und ja, dann brauchen wir hier noch zwei Redstone-Fackeln. Und hier drüben auch wieder einen Comparator. Das war's schon fast komplett mit der Redstone-Technik. Als nächstes geht es weiter und zwar platziert ihr jetzt hier drei Dropper übereinander. Und zwar so hier. Dann geht ihr her und platziert hier einen Pisten hin. Am besten stellt ihr euch da drauf und Sneak-Taste drücken und dann hier den Pisten her setzen. Der fährt sich dann nämlich aus. So, wichtig, dass das ein Sticky-Pisten ist, weil der dann später den Block einmal runterzieht und wieder hochschiebt. Und dann kommt hier auch schon die Truhe drauf. Die können wir ruhig zu einer großen Truhe machen, haben wir dann mehr Lagerkapazität. Weiter geht's. Dann könnt ihr hier schon mal einen Steinblock hinsetzen oder je nachdem, wie eure Wand dann, aus welchem Material dann eure Wand später ist. So, dann tut ihr hier noch eine kleine Trichterstrecke drumherum bauen. Und zwar in den unteren Dropper zeigend, baut ihr hier vier Hopper aneinander. Aufpassen, dass halt die Trichter immer in den jeweiligen vorderen Trichter gehen und dann hier in den Hopper oder Dropper hinein zeigen. Hier hinten setzen wir dann noch eine Schiene hin, worauf wir dann noch ein Minecart, also ein Hopper Minecart platzieren, welches dann die Items nämlich durch den Boden absaugt und hier unten durch die Trichter die Items durchleitet in die Dropper und in die Chest da oben drüber. Als nächstes bauen wir dann erstmal kurz den Boden und zwar hier erstmal einen kleinen Boden her. Und dann hier noch eine Wand her. Und hier hinten können wir dann nochmal einen kleinen Boden herziehen. Ja, ich habe jetzt erstmal hier den Block, wo ihr das dann, die Items später hier drauf droppen müsst. Habe ich jetzt mal ein bisschen hervorgehoben. Der solltet ihr später vielleicht nicht machen, damit es auch geheim bleibt. Also später solltet ihr das dann so machen, damit das nicht eigentlich auffällt. Ich hebe den aber jetzt einfach mal fürs Tutorial ein bisschen hervor. Ihr nehmt jetzt eure zum Beispiel Diamanten, dann droppt ihr die einfach auf den Boden mit Kuh. Dann geht kurz die Luke auf. Ihr könnt auf die Küste drauf zugreifen, könnt hier zum Beispiel noch mehr Diamanten reinlegen. Und wie es euch beliebt, das funktioniert jetzt nicht nur mit Diamanten, sondern auch mit allen möglichen Items halt, ne. Die euch halt dann immer für den Moment wichtig erscheinen. So, und die könnt ihr euch dann hier auch wieder rausnehmen. Wichtig ist, dass ihr immer erst, um auf die Ruhe drauf zugreifen zu können, müsst ihr immer erst etwas auf den Boden gedroppt haben. Und ja, dann könnt ihr drauf zugreifen. So Leute, das war es wieder mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine kleine Bewertung freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten Leute, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin Leute, ciao. Bis dahin Leute, ciao.